So, liebe Leute, wenn nicht das, was soll ich dann filmen? Ich hatte vorhin 5 Skater auf 30 Cent und dann hatte mir die 5 Skater auf 2 Euro auch nochmal gegeben. Und das ist ein schöner Gewinn. Komm, hör mal. Die hatte ich letztens auf Money Game. 5 Skater, auch mit 2 Euro. Und über 5.000 Euro. Oh, schön. Hast du so viel Geld da? Scheiße, darf ich ewig warten? Komm, jawohl. Ja, schon muss gehen. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr zum Film. Jetzt filmen wir halt noch ein bisschen länger. Wenn du noch mal verlängert, hör ja auf. Also zweimal. Ah, ich betreide fünf Skater. Wundert mich wirklich. Ich fahre immer auf 2 Euro. Und? Ja. Oh, Mann! Ja, fuck. Fast nochmal. Leck mich oder nicht? Zu geil. Und jetzt kam er. Hast du gesehen? Da kam er gerade. Leck mich aber Arsch. Jetzt mal gucken. Vielleicht schalte ich ja noch mal hin. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal hier einen Cut.